Hi, schön, dass du da bist und dir Zeit für deinen Ausbruch nimmst. Dieser Podcast ist als Inspiration gedacht und liefert dir Ideen, Denkweisen und Geschichten von Menschen, die den Mut hatten, auszubrechen und ihr eigenes Leben zu leben. Wie bei einem Buffet kannst du dir hier das raussuchen, was dir zusagt und dir in deiner persönlichen Situation weiterhilft. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, komm in unsere Facebook-Gruppe und schaffe dir hier ein unterstützendes Umfeld. In dieser Folge geht es um mich. Du lernst mich kennen, erfährst was über meinen Ausbruch und warum ich diesen Podcast gestartet habe. Zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich 51 Jahre alt und lebe auf der Mittelmeerinsel Zypern. Und genau damit fängt es auch schon an. Als Jugendlicher, was ja nun ein paar Tage her ist, habe ich immer gesagt, ich will auf einer Mittelmeerinsel leben. Und wurde von Leuten ausgelacht, also von Kollegen, Freunden, Verwandten, Familie, wie auch immer. Du auf einer Mittelmeerinsel, hahaha. Über die Jahre hinweg, wo es dann andere Herausforderungen einfach gegeben hat, die das Leben so mit sich bringt, sei es finanzieller Natur, sei es der Job, sei es heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen und so weiter, hat sich dieser Wunsch, dieser Traum dann einfach verflüchtigt. Der war also dann weg, verschüttet unter den ganzen Anforderungen des Lebens, sagen wir es mal so. Nachdem ich dann 26 Jahre lang meinen Traumberuf ausgeübt habe, im Rettungsdienst, als Rettungsassistent, musste ich dann damit aufhören, einfach aus gesundheitlichen Gründen, weil es dann einfach nicht mehr ging. Und dann musste ich mir was einfallen lassen. Es ging dann intuitiv schon in die richtige Richtung, weil eins, einer meiner Hauptwerte, der wichtigsten Dinge in meinem Leben, ist die Freiheit. Und so war der Gedanke immer so, was kannst du selbstständig machen? So kamen einige Selbstständigkeiten, sei es im Online-Marketing mit Audio- und Videoschnitt und auch Promotions kamen dazu. Was war noch? Achso, ja, Staubsauger verkauft habe ich auch 14 Monate lang. Eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, in der ich sehr viel lernen durfte. Und danach kam dann ein Angebot, auf Rodas zu arbeiten, wo ich dann Urlaub an Urlauber verkauft habe. Das war dann der Moment, in dem so richtig die Idee mit der Mittelmeerinsel wieder wach wurde. Und so habe ich dann zwei Monate dort gearbeitet, bin von dort aus dann nach Gran Canaria für drei Monate, habe da auch Urlaub an Urlauber verkauft und durfte dann so das Leben auf einer Insel einfach mal ausprobieren. Das hat mir so gut gefallen, dass das jetzt wieder mein Ziel war. Das heißt, dieser Traum von früher als Jugendlicher, ich will auf einer Mittelmeerinsel leben, der wurde wieder wach, der war wieder da auf einmal. Es war nicht ganz so einfach, da ich aus Gran Canaria dann nach Deutschland gekommen bin. Völlig erfolglos, also das war alles auf Provisionsbasis und habe da keine Umsätze gemacht. Die höchste Provision waren, glaube ich, 78 Euro oder so. Damals hatte ich auch noch einen ganz anderen Selbstwert als heute. Und war eine ganz andere Persönlichkeit. Und in Deutschland wieder zurück, habe ich dann 2016 Privatinsolvenz angemeldet und mich mit Jobs über Wasser gehalten. Und dadurch, dass dann ein Arbeitgeber, eine Tankstelle, ich glaube mit dem schlechtesten Betriebsklima der Welt, da habe ich dann Nachtschichten gemacht und die haben dann das Gehalt nicht bezahlt. So durfte ich dann einige Monate als Flaschensammler auch mein Geld verdienen. Das wiederum war ein ganz wichtiger Part, weil ich war im Außen, war ich derjenige, der die Pfandflaschen gesammelt hat. Aber in mir drin, in meinem Gefühl, also gefühlt, war ich immer Unternehmer. Immer erfolgreicher Unternehmer, habe ich sehr erfolgreich gefühlt, aber im Außen trotzdem Flaschen gesammelt. Und da hat das Unterbewusstsein dann ein kleines Problem mit, weil das passt ja nicht zusammen. So entwickelte sich das Ganze dann, dass ich in den Podcast-Bereich eingestiegen bin. Mit Audio-Videoschnitt kannte ich mich ja schon aus und habe dann angefangen, die Technik für Podcaster zu machen. Da es in Deutschland noch keinen Dienstleister gab, der das angeboten hat. Und somit habe ich dann gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Das ist jetzt so weit gewachsen, dass wir jetzt zu sechst im Team sind und arbeiten ortsunabhängig. Das heißt, jeder kann von dort aus arbeiten, wo er möchte, auch zur Zeit, wann er möchte. Es gibt keine Arbeitszeiten oder sowas. Und wichtig ist halt nur, dass die Aufgaben erledigt werden. Und so ist es dann schon mal, dass jemand von Asien aus arbeitet oder von Bulgarien oder, was hatten wir noch, Spanien, Portugal. Also, dass Leute auch einfach reisen können und trotzdem ihre Arbeit machen und damit natürlich Geld verdienen. Für mich war es jetzt einmal wichtig, den Menschen das bieten zu können. Das heißt, meinem Team das bieten zu können, dass sie machen können, was sie möchten, wo sie hinwollen. Und Dinge tun können an einem Ort, für den sie sich entscheiden. Und nicht, wo ich gesagt habe, ich baue jetzt hier ein Büro und da müsst ihr alle hinkommen. Sondern es kann jeder von dort aus arbeiten, wo er möchte. So kam dann das digitale Nomadentum zu mir, was ich dann da kennenlernen durfte. Und habe mittlerweile selbst die Möglichkeit, von überall auf der Welt zu arbeiten. Entschieden habe ich mich jetzt für Zypern erstmal als Basis. Und hier ist auch der Firmensitz. Hier ist mein Wohnsitz. Und von hier aus kann ich dann überall hin. So ist das Ganze dann mit der Zeit entstanden. Es hat natürlich Jahre gedauert. Das Ganze jetzt hier zu erzählen, hört sich sehr einfach an. Hier möchte ich dir aber auch keine Illusionen machen. Das heißt, es wird Hindernisse geben. Was auch immer jetzt in deinem Kopf rumschwirrt, wo du hin möchtest, was du machen möchtest. Vielleicht möchtest du auch als digitaler Nomade irgendwo unterwegs sein oder in einem ganz anderen Land. Was auch immer. Das hört sich jetzt auch, wenn ich dir das jetzt so erzähle, ganz einfach an. Auch wenn Menschen das erzählen, beziehungsweise wenn du andere Unternehmer siehst, die von unterwegs aus arbeiten oder von den schönsten Ländern und Stränden. Die Wege dahin, bis man da ist, das dauert ein bisschen. Und es sind immer wieder Hindernisse da. Bei mir war es so, dass ganz viele Menschen negativ gesprochen haben. Ich hatte also ein verhältnismäßig negatives Umfeld, was jetzt nicht böse gemeint war oder so. Oder auch von mir jetzt nicht ist, sondern wir Menschen sind halt so programmiert worden, dass wir vor allem möglichen Angst haben und alles so, oh mein Gott, wie gefährlich. Und da musste ich erst mal rauskommen. Und dieser Weg hat ein bisschen gedauert, bis ich dann Menschen kennengelernt habe, die das Leben, die es auch anders machen, heute auch immer noch anders machen, mit denen ich auch noch befreundet bin. Und die mir dann auch gezeigt haben, wie es anders geht. Und auf dem Weg kamen dann auch Menschen, die mich beleidigt haben, beschimpft haben, also auch sogenannte Freunde, die ich dann gemerkt habe so, eine Freundschaft sieht irgendwie in meinen Augen anders aus. Aber gut, wenn du meinst. Ja, so sortiert sich das dann auch alles. Und ich habe eine ganz andere Sichtweise auf menschliche Beziehungen untereinander bekommen und auch eine ganz andere Denkweise, wie ich mir mein Umfeld aussuche, meinen Bekanntenkreis aussuche. Heute ist es nun so, nach, klar, Rückschlagen, Herausforderungen, wie auch immer du das nennen möchtest, heute ist es so, dass ich auf Zypern lebe, jetzt zum heutigen Zeitpunkt seit fast zwei Jahren und bin mega glücklich hier. Das ist jetzt für mich passend. Ob das jetzt für dich passt, das ist halt wieder die andere Frage. Und da kannst du in dich selbst schauen. Schau da auch wirklich. Nimm da nichts an von anderen, jetzt von mir oder so, sondern schau bei dir selber, was ist für dich stimmig. Wo möchtest du hin? Was möchtest du machen? Was ist in dir drin? Was hast du als Kind vielleicht schon mal gesagt? Und um nochmal auf die Herausforderungen zurückzukommen, Ich bin gerade so ein bisschen abgeschweift hier. Was wichtig ist, ist auch, dass du Unterstützung hast, also ein unterstützendes Umfeld. Und was mir sehr viel geholfen hat, das waren und sind auch weiterhin meine Kinder. Ich habe zwei Kinder, die zum heutigen Zeitpunkt 19 und 21 sind, die mich sehr, sehr unterstützt haben. Jeder Schritt ist immer in Absprache mit den beiden entstanden. Vor allem die Auswanderung natürlich. Und was die beiden für mich auch sind, sie sind meine Antreiber. Es gibt Tage, und das geht jedem so, das ist völlig in Ordnung, da hast du keine Lust mehr. Du willst aufgeben, du magst nicht mehr. Mir ging es jedenfalls so, ich habe hier am Strand gesessen und gesagt, so ey, wofür? Was soll das alles? Und in diesen Situationen waren meine Kinder meine Antreiber. Ich habe dann einfach daran gedacht, ja, was wollte ich eigentlich? Ich wollte und will auch immer noch meinen Kindern zeigen, hey, egal wo du bist, sie haben ja das alles ganz offen mitbekommen. Ich habe das alles offen kommuniziert mit meinen Kindern, als ich pleite war, als ich Flaschen gesammelt habe. Das haben sie alles mitbekommen. Und sie haben auch mitbekommen, wo ich jetzt stehe. Und damit möchte ich meine Kinder einfach inspirieren und ihnen sagen, hey, egal wo du bist, du kannst immer da hinkommen, wo du hin willst. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Wenn ich mir das vor Augen gehalten habe und darüber nachgedacht habe, dann war die Motivation wieder da. Und dann war auch das Brennen wieder da, dieses, ja, ich muss was erreichen, ich muss was, oder will auch was schaffen. Und das auch für meine Kinder aufbauen nachher, um zum einen was weiterzugeben und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich selbst was aufzubauen. Was insofern auch geklappt hat, mein Sohn Julian hat jetzt dieses Jahr auch ein Unternehmen gegründet, in dem er auch mit Audios und Videos arbeitet. Und das ist für mich natürlich, ja, bin ich so ein bisschen stolz drauf. Finde ich schön. Und er hat auch Freude daran. Also er hat es nicht gemacht wegen mir, sondern weil es ihm halt Spaß macht. Was auf den Weg jetzt gekommen ist, ist, dass ich eine ganz andere Person geworden bin. Also damals, wenn jetzt Kollegen von früher aus dem Rettungsdienst oder Menschen aus meinem alten Umfeld das jetzt hören, zum Beispiel, das ist ein ganz anderer Mensch. Ich bin also nicht mehr der, der ich damals war. Ich sage jetzt immer, damals hatte ich einen Selbstwert von einer Bockwurst. Und die hat wenigstens noch geschmeckt. Zumindest mit ein bisschen Ketchup. Und heute ist es so, dass ich jetzt hier völlig locker am Mikrofon stehen kann, dir den Podcast aufnehmen kann. Vor zwei Wochen habe ich einen Vortrag gehalten und da über Podcasting gesprochen. Das wäre vor einigen Jahren gar nicht möglich gewesen. Da wäre ich nicht mal in die Nähe der Bühne gegangen, geschweige denn noch hier an das Mikrofon, und mal eben meine Geschichte erzählen. Und natürlich auch davon ausgehen, dass dich das inspiriert, dass meine Geschichte, wer bin ich denn, dass dir das weiterhelfen könnte. Und durch die ganzen Erfahrungen, durch die ganzen Menschen und Feedbacks, die jetzt so in den letzten Jahren gekommen sind, und auch Menschen, die aufgrund dieser Geschichte, wenn ich das erzählt habe und ihnen geholfen habe, die dann ihr eigenes Leben auf einmal umdrehen konnten, Dinge verändern konnten und ganz anders in die Welt geschaut haben. Dadurch ist es jetzt so, dass das irgendwie so aus mir raus muss. Es muss irgendwie raus, so dass noch mehr Menschen inspiriert werden und sehen können, hey, es gibt ein anderes Leben, als jeden Tag zur Arbeit zu rennen, als jeden Tag unglücklich zu sein. Du kannst auch jeden Tag zur Arbeit rennen und glücklich sein, so wie es für dich stimmig ist. Und das ist das, was ich gerne rausbringen möchte, was dich einfach weiterbringen soll. Und wo du dann schauen kannst, von den ganzen Dingen, es werden also Interviews gemacht, ich selber erzähle einiges von den Tools, mit denen ich gearbeitet habe, von Menschen, über Seminare, die ich gemacht habe, oder auch Coachings. Und da kannst du dir immer das raussuchen, wie auf einem Buffet, was für dich stimmig ist, was für dich passt. Und das soll das Ganze einfach bewirken. Und je mehr Menschen nachher mir dann auch schreiben, also schreib mir auch gerne bitte, wenn du irgendwas verändern konntest, wenn dir das gefallen hat, wenn du jetzt dein Leben einfach nur mit mehr Freude leben kannst. Das ist das, was ich erreichen möchte. Und so wie es bei mir jetzt auch ist, also ich lebe jetzt jeden Tag mit viel Freude, viel Lachen, vielen, vielen Menschen um mich herum, die genauso sind, die Spaß am Leben haben einfach. und dann auch ihr Unternehmen dabei mit aufbauen oder halt auch als Angestellte arbeiten, je nachdem, wie es für diejenigen stimmig ist. Dazu gehen wir aber sicher in anderen Folgen auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe und auch zu meiner Geschichte. Da werden bestimmt auch einige Punkte kommen, die ganz einfach nochmal in der Tiefe beleuchtet werden, wo du dann gucken kannst, hey, vielleicht resoniert das mit mir und wo du dann Dinge rausziehen kannst, die dich wieder weiterbringen. Du hast in dieser Folge einen kleinen Abriss bekommen von meinem Leben, wie es bei mir entstanden ist, dass ich jetzt meinen Traum lebe und eine ganz wichtige Sache, die ich noch mitgeben möchte, ist, was ich kann, kannst du auch und was wir beide können, kann auch jeder andere. Deshalb hilf anderen Menschen, teile diese Folge, diesen Podcast gerne mit Menschen, die ja etwas Inspiration brauchen können, wo du denkst, okay, das ist stimmig, das passt, der oder die kann da vielleicht was mit anfangen und könnte da was für sich mit ausziehen. In welche Richtung auch immer. Ob es in die Richtung gehen soll, dass jemand auswandern möchte, sein Leben leben oder einfach nur glücklicher sein möchte. Alles soll in diesem Podcast besprochen werden und inspiriert werden, weitergegeben, sodass möglichst viele Menschen ihren eigenen Weg gehen können und das mit möglichst viel Freude und Spaß. Vielen Dank, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du auf der Suche nach einem Umfeld bist, das dich unterstützt, komme in die kostenlose Facebook-Gruppe Ausbruch Mach doch, was du willst. Suche bei Facebook nach Ausbruch Mach doch, was du willst und verbinde dich mit anderen Ausbrechern. Vielleicht möchtest du auch etwas zurückgeben und damit auch anderen helfen, diese Inspiration zu bekommen. Dann verfasse eine Bewertung bei iTunes und teile diesen Podcast mit deinen Freunden. So hilfst du anderen, diesen Podcast zu finden und vielleicht auch zu einem Weg für ihren Ausbruch. und dann verfügbar, Dann verfügt die Musik und dann verfügt die Musik Vielen Dank.